wir sind angelangt in act 3 ich dachte gerade unsere kugel hier bewegt sich aber das ist das so draußen das terrarium des terrors und hier erwarten uns jetzt mal wieder fünf lustige aufgaben die alles andere sind also dass ich so auch da schauen wir mal davon ist ein ginger es ist schon die deutscher sie können nichts anstehen zeit für ein hässchen ist eine getränke katastrophe ich werde die erfrischungsgetränke niemals rechtzeitig zu hart arbeiten forschungstruppen bringen das forschungsteam hat klare anweisung für die lieferung ihre getränke hinterlassen ich habe sie gekocht und teure kekse gekauft jetzt hat meine batterie nicht mehr genug saft da würde ich sie dorthin tragen kann diesen laptop dane oder was auch immer das darstellen soll wie oft hat man den jetzt eigentlich schon in dem game hier gesehen das wäre wunderbar wenn die fleißigen arbeitern trinken ist nein das teetablett das ist ein job was kann denn das teil hier und wo ist denn hier mein was kann ich alles da rein macht doch nicht alles auf eine seite so gut so passt es rein was das ist der erste das ist auch einer drin da hinten was was wo ist der denn ist der hier drin wo ist der hier drin wenn ich mich jetzt gut einstellen können das sogar noch was werden aber nein ich glaube nicht wenn wir haben schon den ersten fehler gemacht und da direkt in den zweiten was da hinten okay wo ist er da oben alles klar aber das dürfte noch machbar sein ich muss gar nicht alles mitnehmen allerdings trotzdem alles mit so der erste steht hier er war da nicht gerade eben noch blumbo so jetzt mach das so wie gerade eben ich fahre hier genau so hallo jetzt gehe ich hier unten entlang was ich vorsicht vorsicht ist noch alles da sehr schön das alles verdammt das heißt nur noch er hier hinten ich möchte ich möchte ich möchte ich möchte ich möchte ich möchte okay du brauchst Pause du hast gar nichts gemacht den möglichenfalls alles klar aber gar nicht mal so schnell hier ist gleich der nächste super der liebte von kräpten die wahlbedeutung von transport sein super serie ist hier und kann es kaum erwarten loszulegen was ist das denn jetzt nein die elite weltraumhelden haben endlich meinen alten mondwagen verbessert ich stelle vor super serie flasher serie ein mond baggie der oberklasse bekommen der ganz toll er hat den schwimmen wir uns auch verkostet daher muss ein test war die zielstrecke in die zählstrecke gefahren sicherzustellen dass er hier und läuft das ist doch wirklich nicht wahr und wie glücklich ich habe licht was kann das teil umbauen was kann das nicht was kann das nicht was kann das nicht Ich muss das half healer, okay? Ey, verdammt! Vielleicht mache ich irgendeinen Fehler. Ich weiß es jetzt schon. Diese Dinge werden immer kleiner. Hallo, fahr doch! Das ist das Ziel, toll! Ich muss ja um einiges schneller sein. Oh, verdammt! Ich glaube, das war nicht so gut. Ey! Ey, wenn das nicht nur ein Rennen wäre, ne? Ey! Ey, das schafft man noch nie im Leben! Ey, hier fällt immer wieder mein Wagen runter! Das ist das Ziel, da ist das Ziel! In der letzten Sekunde! Wow, 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 wow! Alles klar! Ey, 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 ey. So, okay. Wo ist mein Auto? Was, wir haben jetzt erst zwei Aufgaben? Was? Wir haben jetzt erst zwei Aufgaben? Oh nein, wo ist das denn jetzt schon wieder? Da hinten. So, Klungo, was ist los? Schwebende Ernte. Oh nein. Hä? Hä? Und um den Frucht, Mann. Nein. Jetzt schweben die alle. Oh nein. Das ist wirklich nicht wahr. Ich habe keinen Bock mehr. Wie viel sind das? Hoffentlich nur fünf. Hoffentlich nur vier. Die werden mir nicht mehr angezeigt. Ich glaube es nicht. Hä, wo sind die denn? Ach so. Ich muss das auch noch loslassen. Ich dachte, der saugt das von alleine ein. Hö? Okay. Äh. Oh. Oh. so wir haben 1 kann ich zwei auf einmal nehmen ja komm schon der geht einfach so schlecht nach vorne jetzt brauche ich zwei sonst geht es gar nicht mehr ja okay 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 wo ist das teil schnell schnell wir könnten es noch schaffen ja okay es sah tatsächlich schwerer aus als es eigentlich ist aber es ist schon schwerer als aussieht jetzt sagt nicht dass er wieder da unten irgendwo ist nein und alle über mir so ich nehme taxi servus war mal flugunfähige vogel rakete hier und nein sagt nicht die ist wieder ganz oben doch ich muss mal wieder ganz hoch ganz toll ich bin nicht daran geknallt und das hat man auch ganz genau gesehen hallo so ich wollte So, jetzt kann ich hier endlich auch mal diese Noten einsammeln. Ey. Was machst du denn da? Der andere ist irgendwo da oben. Flower, Power, Schauer. Wie bitte? Das ist die wichtigste Pflanze. Gefahren verzu. Ausrüstung über Blumen. Nein. Was ist das denn jetzt? Für euch ein großes Radio. Das ist die Kinder. Ja. Ja, okay. Was ist denn? Die geheimnisvolle Blumen oben im Terrainien ist dabei ärgert vom Grundplatz aus. Nein. Lade ein Fahrzeug mit all den Waffen und Munitionen. Wo ist das denn vom Himmel? Ich habe da... Dieses Teil. 50. Nein, das geht so nicht. Einmal 4,5. Ne, Indy war. So, mal schauen, ob das damit jetzt besser funktioniert. Ob ich damit überhaupt abheben kann. Oh, yeah. Ich glaube, das wird nicht gut funktionieren hier. Nein, du sollst auch einfach nur... Nein, 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 nein. Hallo. Ey, 13. Ey, 13. 20. Das ist ja jetzt nicht wahr. Was ist das für eine beschissene Aufgabe? Man hat eine Minute Zeit oder so, um 50 Gegner zu besiegen. Da muss ich ja Laser anbringen. Jetzt kann sich das Teil kaum noch in der Luft halten. bis zum Schluss. Oh, was die Idee? Oh, fast. Das ist ja lose. Was? Ja. Ich war die Idee. So, um 50-lose risk. Oh, das ist ja von etwa behaviauen. Oh, das ist ja zu sein. Also, um 50-lose risk. Das ist ja zu sein. O, das ist ja zu sein. Aber wie auch über 50-lose risk. Aus ¡Jütz, von pled und wie塗, um 30-lose risk. Oh, das ist ja zu vermuten. Nee, mit dem Teil geht das absolut nicht. Der wird ja auch nur von der Düse angetrieben. Was soll man das denn wissen? Ah! Versuchen wir es jetzt damit Oh ja 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 Hä Ey das geht doch gar nicht Nee Keine Ahnung wie das gehen soll Ich greife mich alle selbst an Nee sorry Keine Ahnung wie man die Aufgabe machen soll Keine Ahnung Was hast du jetzt davon So was hast du jetzt für eine letzte Aufgabe hier familien glück Ich hab das fehlende mitglied meiner alien familie gefunden habe ich hab Angst das ist zu früh auf die welt kommt Nee was Die stimmung hier ist echt durch neue lebenszeichen meine liebens mit meiner kosex online Ich bin total verrückt Hallo warum Nein Da unten Ein mitglied aufs bau sitzt weil im kühlen wasser der pflanze fest Das unter wasser fahren kann Das u-boot Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Das hört sich so an Wie eigentlich das hier Da unten Ich weiß es nicht Oh je Moment ich glaube das war nicht gut Das war keine gute Idee Ey Ey Warum steigst du aus Verdammt es ist zerbrochen Okay Okay Den Weg fahre ich ganz sicherlich nicht Ach Da Ach das ist der Cousin Verdammt 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 Hallo Nein Jetzt liegt das da oben Hallo Ich will doch einfach nur hier ganz normal runterfahren Das kann doch nicht so schwer sein Kommen Mit Ruhe dortren Ey, warum fällt das denn so schnell raus? Aber okay, es ist noch da Verdammt Hä? Ey, das hat noch gelebt Ich hasse diese Welt Habe ich das schon irgendwo mal gesagt? Ich glaube nicht Warum fällt das Teil so immer so schnell da raus? Ich kann nichts machen Ich kann mich keinen Zentimeter bewegen Und dass das wieder ausfällt Ich kann mich noch nicht schnell darauf achten, dass es nicht ganz leicht ist und darf es nur abkürzung gehen nein da muss ich rein oder ja ja da muss ich rein ich möchte 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 das nichts mehr mit noch bin ich überhaupt richtig ich glaube nicht oder doch irgendwie und verdammt ich dachte ich komme ganz woanders raus hier werde ich raus kommen moment mal was das ist nicht mal hier das ist doch wohl nicht wahr ich das jetzt nicht schaffen dann war es das ja dankeschön da steckt hier soll ich schreihe ist nirgendwo so ein eingang hä oh 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 ich bin sprachlos ich bin einfach nur sprachlos wie die sich immer wieder selbst übertreffen wo ist denn dieser andere eingang irgendwo ganz dahinten auch ich bin schon in der not drin ich habe auch keinen bock mehr dankeschön noch ein einziges mal versuche ich das meinst du Tschüss.